So, Trigger-Warnung. Ich werde jetzt jedes Video wirklich damit anfangen, erstmal darauf hinzuweisen, dass ihr euch dadurch nicht persönlich angegriffen fühlen sollt, wenn ich meine eigene Meinung preisgebe. Das ist ganz wichtig. Das ist wirklich nur meine Meinung und die kann auch kompletter Bullshit sein. Ihr habt eure eigene Meinung und die schreibt ihr mir am besten am Ende des Videos in die Kommentare unten rein. Was sind eure Top-9, eure Flop-3-Momente des Tyrannosaurus in der gesamten Jurassic-Timeline bis jetzt? Wie auch im Video davor werde ich mich hier auf einzelne Filme beziehen. Das heißt, ich werde jetzt nicht sagen, ja, Jurassic World Dominion hat den, den und den Moment, Ende aus. Nein, ich werde für jeden einzelnen T-Rex-Flop-Moment also einen eigenen Jurassic-Film auswählen. In diesem Sinne fangen wir an. Viel Spaß mit dem Video. Ich habe mir jetzt Gedanken drüber gemacht, meine Flop-Momente des Tyrannosaurus-Rex im gesamten Jurassic-Franchise. Wie ranken wir die jetzt am besten? Ich würde sagen, Platz Nummer 3 ist der Moment, den ich noch am ehesten verkraften kann. Und Platz Nummer 1 in dieser Flop-Liste ist der bescheuerste Tyrannosaurus-Rex-Moment, der mir jetzt gerade einfällt. Auf Platz Nummer 3 haben wir dabei Jurassic World Fallen Kingdom, ein Film, den ich ja eigentlich wirklich gerne habe, weil er einfach einen eigenen Ton hat, eine eigene Handschrift und eben nicht ein Abklatsch von den alten Filmen, also von den Jurassic-Park-Filmen. Es gibt ja auch Momente, die abklatschmäßig rüberkommen. Ja, dennoch mag ich diesen Film eben, weil er eine eigene Handschrift hat, nämlich die von J.A. Bayona. Trotz allem hat dieser Film mitunter einen der bescheuertsten Tyrannosaurus-Rex-Momente, die das gesamte Franchise wirklich aufbringen konnte. Und auch noch einen Moment, wo man früher damit geprahlt hat, ey, wir haben hier wieder einen animatronischen T-Rex. Ist das nicht geil? Wäre cool gewesen, wenn die Szene dann nicht so doof wäre. Und zwar geht es hierbei um folgende Situationen. Da Blue verletzt ist, versuchen Owen und Claire und die Gehilfin, von der ich den Namen gar nicht mehr auf dem Schirm habe, Sia? Hieß die Sia? Irgendwie sowas. Die versuchen jetzt, Blue zu retten, indem sie eine Blue-Transfusion mit einem Tyrannosaurus vollziehen und das Blut eben einfach an Blue weitergeben. Ob das so funktioniert, ich weiß es nicht, aber ich bin der Letzte, der hier schreit, ey, aber du bist unlogisch. Ich kritisiere Leute, die sagen, du bist unlogisch in einem Film, wo es darum geht, dass eine Mücke Dinosaurier zurückbringt. Wir haben auf jeden Fall den Moment, wo dann Owen den Tanker aufmacht, wo eben der T-Rex dann auch drin steckt, der jetzt betäubt ist und aufs Festland gebracht werden soll. Und da dachte ich mir am Anfang, sehr cool. Sehr cooles Prop. Ich mag generell diese praktischen Effekte, weil du einfach merkst, gerade bei Nahaufnahmen, ja, wenn Fernaufnahmen, da ist alles CGI, das ist auch super so. Weil diese Props können eben nicht rennen. Das heißt, wenn irgendwas schnell gehen muss, dann macht man das eben in CGI. Und das CGI in Jurassic ist ja nicht schlecht. In Jurassic World generell auch nicht. Ich finde es einfach zu viel. Das ist mir zu viel CGI. Aber schlecht ist es auf jeden Fall nicht. Was stört mich jetzt aber so an der Szene? Wenn wir doch jetzt hier einen Tyrannosaurus Rex haben, einen der coolsten Dinosaurier aus Jurassic. Und es ist noch eine animatronische Figur. Was kann denn jetzt hier bitte schief laufen? Der Ablauf, wie die Szene passiert, die grundlegende Prämisse der Szene ist schon, für meine Verhältnisse, sehr doof. Weil ich glaube einfach, so wird das nicht funktionieren. Wie gesagt, ich will jetzt hier gar nicht auf die Logik eingehen. Aber wenn sowas, es gibt Momente, über die man länger nachdenken muss, bis man dann merkt, da stimmt doch irgendwas nicht. Und dann gibt es so Momente, wo man sich direkt bei ihm gucken merkt, hä, man hat ja einfach nur irgendwie einen Grund gesucht, warum jetzt Owen zu dem T-Rex in diesen Container eben reinklettern muss. Und das macht er dann eben auch, nimmt dem T-Rex das Blut ab und das Tier, naja, das Tier bewegt sich und zerquetscht Owen mit dem Kopf. Wir bekommen jetzt hier das erste Mal so richtig zu sehen, wie vermarvelisiert dieser Film eigentlich ist. Das ist im restlichen Jurassic World, in der restlichen Jurassic World Trilogie auch immer mal wieder, aber die Szene fand ich unfassbar bescheuert. Als der T-Rex dann wirklich seinen gewaltigen Kopf zur Seite neigt, man sich denkt, okay, das sieht einfach nur cool aus. Was macht Owen daraufhin? Owen macht das. Ich meine, das wäre sogar ein Clip, den wir schon im Trailer gesehen haben und es hat mich damals schon extrem gestört, dass da so ein goofy Deppenmoment draus gemacht wird. Ich meine, Owen hat in diesem Film drei, vier goofy Deppenmomenten, aber das hier ist so, es hat mich sehr gestört, weil der T-Rex einfach wirklich cool ausgesehen hat und dann auch sehr brachial auf einmal aufwacht. Und dann macht Owen noch einen coolen Jump durchs Maul durch, während das Maul zugeht. Das war mir einfach alles zu viel und zu klamaukig. Und deswegen, ja, das ist auf jeden Fall mein Flop 3 T-Rex-Moment auf Platz Nummer 3. Jurassic World Fallen Kingdom. Wie im Video davor erfahrt ihr auch hier, mit was für einem anderen Flop-Moment im selben Film der sich jetzt hätte messen müssen. Ich habe kurz überlegt, auch den Moment mit reinzubringen, wo der T-Rex einfach während der Vulkan ausbricht, noch einen Carnotaurus umbringt. Und dann geht der Vulkan im Hintergrund hoch und der plärrt elegant und majestätisch in die Ferne rein. Was halt einfach nur ein Shot ist, den man sich als Screenshot oder aufs Cover oder aufs Poster packen kann. Dafür war der halt da. Allerdings hat die Szene einen riesen Vorteil. Sie sieht wenigstens cool aus. Während die andere Szene nichts hat, was irgendwie cool aussieht, bis halt auf die animatronische T-Rex-Figur. Auf Platz Nummer 2 haben wir den T-Rex-Moment aus Jurassic World aus dem Jahr 2015. Also dem allerersten Jurassic World Film. Und ich rede hier nicht von dem Kampf gegen den Indominus Rex. Auch das ist für mich keine pure T-Rex-Szene, weil das ist ja mehr eine Kampfszene zwischen Blue und Rexy und dem Indominus Rex, die ich auch sehr überzogen finde. Aber darum geht es hier gar nicht. Nein, es geht um den Moment, der danach passiert. In meinem Video davor, in meinem Top 3 T-Rex-Moment aus dem Jurassic-Universum-Video, habe ich darüber gesprochen, warum für mich der Moment aus The Lost World Jurassic Park 2, wo die beiden T-Rex auftauchen, der beste T-Rex-Moment der gesamten Reihe ist. Das habe ich damit begründet, dass der T-Rex hier wirklich in einer düsteren Atmosphäre auftaucht, dass man wirklich Angst vor dem Tier hat. Er ist bedrohlich, er ist schon fast monströs. Und in Jurassic World 2015 haben wir das bekommen. Warum hat man ab hier angefangen, den T-Rex so stark zu verniedlichen? Ich verstehe es wirklich nicht. Und ey, ich weiß, es gibt viele da draußen, die Jurassic World unfassbar geil finden, zum Teil auch besser als Jurassic Park. Ist cool, aber erklärt mir bitte, ob ihr das auch so seht wie ich, dass der T-Rex in Jurassic World, also ab Jurassic World 1, keineswegs mehr furchteinflößend ist. Der ist eigentlich nur noch der nette T-Rex von nebenan. Und das fängt halt hiermit irgendwie an. Also dieser Blick, den der T-Rex dann auch dem Raptor zuwirft und damit so sagt, okay, wir haben eben gerade gemeinsam gekämpft. Lass uns ganz kurz mal ein Kriegsbeil, das wir nie hatten, begraben und geht dann so weg. Und er guckt so ganz treu wie ein Hund in die Kamera. Aber über diesen Moment stolper ich generell immer wieder, wenn ich den Film sehe. Ich finde es sehr schade, dass man das so gelöst hat, dass jetzt hier, dass die Dinosaurier auch eigene Charaktere sein müssen. Natürlich hat jedes Tier auch einen eigenen Charakter, das ist vollkommen klar. Aber hier haben wir schon fast eine Disnifizierung von den Tieren. Ich meine, würden die jetzt anfangen, noch ihren Mund zu bewegen und zu reden, hätte es mich auch nicht gewundert, weil genau das passt ebenso dazu, zu diesem Look. Auch die Velociraptoren wurden ja sehr viel niedlicher dargestellt plötzlich als in den Jurassic Park Filmen. Das ist auf jeden Fall auf Platz Nummer 2 meiner Flop-T-Rex-Momente, weil ich, also ab hier ging es dann so ein bisschen mit Rexy generell, so ein bisschen bergab. Weil ich halt der Meinung bin, dass Rexy ab jetzt nur noch ein Gimmick wurde, ein Gimmick, um im letzten Moment aufzutauchen. Das machen sie in Jurassic World 1, in Jurassic World 2, in Jurassic World Dominion genauso. Es ist nur noch ein Gimmick, dass Rexy auftaucht und kurz jemanden rettet und dann wieder verschwindet, weil sie dann kurz niedlich guckt und dann sich denkt, Aber, aber, diesmal töd ich dich nicht, weil wir sind ja gerade Freunde und nachher aber wieder nicht mehr. Es ist mir zu viel Charakter in einen Dinosaurier rein interpretiert. Ich hoffe, ihr versteht, wie ich das Ganze meine. Ist wie gesagt nur meine Meinung dazu. Mein Platz Nummer 2. Jurassic World 1, der finale Moment mit dem T-Rex nach dem Kampf gegen den Dominus Rex. Auf Platz Nummer 1 ist ein Moment, jetzt habe ich ja die ganze Zeit gesagt, dass ich eigentlich diese Kämpfe eher rauslassen möchte. Aus dem Grund, da das keine wirklichen T-Rex Momente sind, aber mein Platz Nummer 1 ist es quasi genau das, was sie mit dem T-Rex gemacht haben. Ich rede hierbei über Jurassic World Dominion. Der Tyrannosaurus Rex war in Jurassic Park 1, in Jurassic Park 2, eher im dritten auch schon nicht mehr, aber in Jurassic Park 1, in Jurassic Park 2, war er das majestätische Tier gewesen. Das Cover-Tier auf dem Poster der Jurassic-Filme. In Jurassic Park 3 hat man dann folgendes gemacht, dann wollte er den T-Rex gegen den Spinosaurus ersetzen. Das Ganze ist zwar gefloppt, aber auch hier war der T-Rex keineswegs ein Dulli. Er hat halt den Kampf gegen den Spino verloren, weil der Spino im Jurassic-Universum einfach mächtiger ist. Ob es euch gefällt oder nicht, im Jurassic-Universum ist das aber einfach der Fall. Danach hat man dann Raxi wiedergebracht in Jurassic World, wo sie gegen den Dominus Rex gekämpft hat. Und sie konnte den Kampf eben nicht gewinnen, weil der Indominus Rex ein mächtigeres Tier war. Der war ja auch ein Hybrid aus mehreren Dinosauriern, plus noch einem Oktopus und allem drum und dran. Deswegen brauchte Raxi Hilfe vom Velociraptor und vom Mosasaurus, um den großen Hybrid-Gegenspieler zu besiegen. Als dann Jurassic World Dominion so angeteasert wurde, haben wir ja den 5-Minuten-Trailer bekommen oder den 5-Minuten-Prolog, der im fertigen Film gefehlt hat. Und hier haben wir dann gesehen, wie der T-Rex gegen den Giganotosaurus gekämpft hat, quasi in der Vergangenheit. Und auch hier ist der T-Rex wieder umgebracht worden. Und ich dachte mir damals, okay, warum zeigen die uns das jetzt? Es muss einen Grund geben, warum die uns jetzt 65 Millionen Jahre in die Vergangenheit schicken, um uns so eine Szene zu zeigen. Zum einen, ja, haben wir jetzt hier auch gesehen, dass der Moskito, den John Hammond in seinem Stock hatte, das Blut eines Tyrannosaurus Rex in sich getragen hat. Den Moskito sehen wir nämlich kurz in dem 5-Minuten-Prolog. Er sah auch das T-Rex-Blut aus und es wurde auch von Roland Trevorrow schon bestätigt. Er ja einfach alles inzwischen bestätigt. Aber auch da wurde schon vorher bestätigt, ja, das ist der Moskito, der später in John Hammonds Stock landet und eben dafür verantwortlich ist, dass Dinosaurier überhaupt erschaffen werden können. So weit, so gut, alles cool. Das ist eigentlich ein ganz schönes Build-Up tatsächlich für einen Film, den ich ja gar nicht so wirklich leiden kann. Ist das schon ziemlich cool. Dann kam raus, okay, der Giga wird eine große Rolle in Jurassic World Dominion spielen. Und ich dachte mir, alles klar, das ist jetzt so das Ding, dass der T-Rex quasi noch die Gene aus der Vergangenheit hat. Der Giga eventuell ja auch und die beiden erkennen sich irgendwie wieder und da gibt es dann eben den großen Clash, den großen Zweitkampf, die Revanche und der T-Rex gewinnt den Kampf gegen den Giga. Das passiert im Endeffekt auch so, allerdings verliert Rexy einfach schon wieder den Kampf. Und ich denke mir, warum zeigt die mir das jetzt? Warum zeigt ihr mir das, 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 versteht ihr, was ich meine? Die Szene hätte einfach Sinn gemacht, wenn Rexy es geschafft hätte, trotz Alter, ich weiß, Rexy ist alt, das war dahingestellt, trotz ihres Alters den Giga im Alleingang zu besiegen. Nein, stattdessen stirbt Rexy fast wieder und hat dann kurz ein Flashback an früher. Und das wäre der Moment gewesen, der Flashback-Moment, wo Rexy hätte aufstehen müssen, hätte den Giganotosaurus packen müssen und töten müssen. Aber nein, der Tericinosaurus muss den T-Rex retten und die gesamte Vergangenheitsszene ist damit so irrelevant, weil sie als Rache aufgebaut wurde. Also sie wird aufgebaut, dass es später eine Revanche gibt und das macht aus filmischer Sicht her Sinn, wenn der T-Rex dann gewonnen hätte, aber er macht es halt schon wieder nicht. Und von daher, es ist wirklich eine Szene, wenn ich Jurassic World Dominion sehe und schaue mir diesen Prolog an, der wirklich gut ist. Das habe ich, glaube ich, noch nie erwähnt. Der Prolog zu Jurassic World Dominion ist wirklich gut und ich sehe mir diesen Prolog eben an und weiß aber ganz genau, er führt halt nirgendwo hin. Das endet wieder genauso wie vor 65 Millionen Jahren, nur halt, dass der Tericinosaurus dem T-Rex hilft und ihn damit eben tötet. Dieses gesamte Build-Up, das erstreckt sich über einen kompletten Film, soll den Tyrannosaurus Rex in so eine bestimmte Richtung lenken. Der T-Rex ist ja der Fokus eigentlich, der wird im Film jetzt nicht häufig gezeigt, aber es beginnt mit dem T-Rex, mit der Mücke. Diese Mücke, die der Grund des Ursprungs von allem ist, was wir im Jurassic-Franchise überhaupt kennen, hat T-Rex-DNS in sich. Das heißt, der T-Rex ist der grundlegende Part, warum das überhaupt alles existiert. Und dann am Ende wird er wieder besiegt vom Giganotosaurus. Das ist, ähm, also ich habe eben gerade von Konsequenz gesprochen. Ne, habe ich in meinem Video davor, habe ich von Konsequenz gesprochen. Ich mag es, wenn etwas konsequent ist. Es ist konsequent zu sagen, der Giga ist stärker als der T-Rex. Ähm, kann man sich jetzt auch wieder drüber streiten. Im Jurassic-Universum ist das eben wohl so. Dr. Alan Grant sagt ja auch, der größte Fleischfresser, der jemals auf Land gelebt hat. Ähm, wie gesagt, im Jurassic-Universum ist das eben so. Das ist konsequent. Wenn man aber nicht angefangen hätte, den Film mit einem Bild abzubeginnen, der mir erklärt, pass auf, da kommt noch die Revanche und dann warte mal ab. Ich finde, das ist mit unter einer der größten Störpunkte von Jurassic World Dominion, weil das quasi die zweite große Storyline ist, die wir hier haben. Einmal die Heuschrecken-Storyline, wo wir als Zuschauer uns darüber Gedanken machen sollten, was passiert hier gerade, wo kommen die Heuschrecken her. Und Dr. Ali Settler das einfach mal innerhalb der ersten 20 Minuten in die Kamera sagt. So, das ist Biosyn gewesen. Und wir so, ah, okay. Das ist der große Thriller-Aspekt in dem Film. Wird also sofort geklärt. Sehr schön. Dann haben wir eben noch das Vermächtnis des Tyrannosaurus Rex. Und der wird dann halt auch wieder platt gemacht. Ich weiß, wie gesagt, das Tier ist alt und alles drum und dran. Aber dann baut man halt eine Szenerie um einen Film herum. Dieses Bild ab hätte man nicht so groß machen sollen. Das ist meine Meinung. Weswegen. Auf Platz Nummer 1 ist das gesamte Ende von Jurassic World Dominion. Nach dem Endkampf mit dem Gigantosaurus, wo dann auch der T-Rex nochmal so ins Leere brüllt mit dem Terezinosaurus, der sich anfühlt wie ein Fremdkörper, weil er nichts da zu suchen hatte. Der Terezinosaurus ist zum allerersten Mal dabei. Er hat nichts da zu suchen. Ich weiß, das Ganze wird jetzt sehr kontrovers werden. Und gerade die Jurassic World Fans werden das wahrscheinlich nicht mögen, was ich eben gerade gesagt habe. Wie gesagt, das ist alles auch nur meine Meinung. Wenn ihr jetzt sagt, ey Tobi, ich finde der Ausbruch vom Tyrannosaurus Rex in Jurassic Park 1 ist voll überbewertet. Ich finde den voll schlecht. Dann ist das cool. Ich akzeptiere das. Genauso solltest du aber auch meine Meinung akzeptieren, ohne dich persönlich angegriffen zu fühlen. In diesem Sinne, schreibt mir auf jeden Fall deine Flop 3 T-Rex Momente in die Kommentare unten rein. Ich bin raus für heute und wünsche dir was. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020